Hallo, ich bin die Carina von der Gärtnerei Stahl. Ihr kennt mich ja bereits von den anderen Videos. Heute befinden wir uns in einem Gewächshaus mit den Ranunkeln und die werden wir uns jetzt genauer anschauen. Hier seht ihr die vielen verschiedenen Farben von unseren Ranunkeln. Die Ranunkeln sind typische Frühjahrspflanzen, die man perfekt in Schalen pflanzen kann. Wie ihr seht, bereite ich die Ranunkeln gerade für den Verkauf vor. Dass sie beim Transport nicht kaputt gehen, verpacken wir sie in Plastiktüten. Stellen sie dann in die Palette und das wird dann aufgeladen und dann kommt sie in den LKW. Manche Ranunkeln haben noch eine kleine Knospe, aber das dauert ungefähr zwei, drei Tage und dann ist sie offen. Insgesamt haben wir von den Ranunkeln dieses Jahr drei Gewächshäuser. Das sind 120.000 Stück, die wir jährlich für euch produzieren und regional verkaufen. Nun befinden wir uns in dem anderen Gewächshaus. Das Gewächshaus ist voller Sommerpflanzen. Zu dem Sortiment von den Sommerpflanzen gehören zum Beispiel Fuchsien, Garanien oder Betonien. Hier seht ihr jetzt unseren Verkaufsraum mit unseren schönen Frühjahrsblüher. Wir haben geöffnet von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr und Samstag von 8 bis 13 Uhr. Kommt vorbei, schaut euch um und lasst euch beraten. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Wir freuen uns.